Achtung Achtung dieses Mal gibt es beim Handwerksgewinnspiel gar keine Handwerksprodukte zu gewähren ja ist aber gut kann man sagen denn dafür gibt es komplettes anderes zu gewinnen und nämlich immer Bäumchen zum einen auch Handwerksbäume da fehlt noch was mit Handwerk zu tun und dann auch andere Bäume dazu gleich vorher aber was ist denn diesmal was habe ich mir denn das Gewinnspielfrage ausgedacht und zwar gab es ja beim letzten Oktoberfest Event 2 Sitzlinge unter anderem zu spielen ich glaube es war Oktoberfest event für die Farm eben hier und jetzt hier im zweiten habe ich mir auch noch aufgehoben und die Frage lautet daher dann haben wir auch hier auch und aufgestellt was wird denn daraus und zwar eben hier um genau zu sein ist es nur relevant wird daraus ein xl-baum xxl-baum oder ein Sonderbaum also jetzt ist nicht wichtig ob genau ein Apfel XL rauskommt oder die Birne XL XL ist XL Baum sozusagen das gleiche bei XXL und auch bei Sonderbaum sollte wirklich der Fall eintreffen wie beim letzten Wochen ein Gewinnspiel das war lustig kommt da ein Zitronenbaum XL raus die erzählt in dem Sinne als beides also er ist er zitronenbaum ist ein Sonderbaum und XL Baum ist ja ein XL Baum logischerweise der würde dann das beides hier durchgehen aber im Prinzip mal schauen ob der wieder rauskommt da trägt sich ne aber also wird ein Sonderbaum xxl Baum oder ein XL Baum aus diesen Sitzling eben hier euren Tipp dazu in die Kommentare entweder auf YouTube eben eben hier unter diesen Video direkt in die Comments euren Tipp plus euren Farmerama in Game Nicknamen natürlich auch hinterlassen oder könnt teilnehmen auch auf meiner Seite unter diesem Video bleibt natürlich schlussendlich wieder euch eben hier überlassen aber natürlich dürft ihr euch nur einmal am Gewinnspiel beteiligen und zwar bis zum kommenden Freitag habt ihr Zeit dann haben wir schon den 3. Oktober ohne schlecht bis 20 Uhr ich sage jetzt schon vorsichtig Auflösung kommt einem bis zwei Tage später kommt dann drauf an eben hier aber jedenfalls dann am Wochenende dann darauf eben und er ja jetzt natürlich noch was gibt es denn überhaupt zu gewinnen gesagt um es gibt Bäume zu gewinnen und zwar für Platz drei ist die Strecke die Stadt so war aber aber für Platz drei verlose ich einen Paranussbaum das ist ja auch ein Sonderbaum auf Bahama-Rahme jeder Paranussbaum Platz zwei gibt es zu gewinnen einen Sternen Frucht Baum und für Platz eins dann muss ich jetzt zurück auf die Farm nicht in die Stadt nicht in die Stadt nicht in die Stadt so für Platz eins gibt es zu gewinnen und zwar wie gesagt das noch mit Handwerks Gewinnspiel zu tun hat gibt es zu einen einen Zuckerbaum zu gewinnen nein ich verschreibe hier so Zuckerbaum und noch dazu dass es wirklich ein würdiger Platz eins ist auch noch ein Salzbaum zu gewinnen also zwei Bäume für Platz eins und eben hier unter allen richtigen Dips werden diese Bäume dann eben auch verlost allerdings kann ich dir dann erst am nächsten Gift und Shades auch rausschicken das hat eben bei dazu gesagt gut also soviel eben hier dazu wenn ihr noch Fragen habt in die Kommentare sonst euch viel Glück ich bin hier und eine schöne Woche und bis die Tage